Hey Leute, Simiger hier und so und heute spielen wir wieder den vierten Part des Mini-Displays der älterragen Modifikation, heute mit dem blauen B6, ja so ist das nämlich so, rein da, go. Der ist eigentlich auch ganz geil, na, 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 ich weiß gar nicht worüber ich reden soll, über die laute Stadt, über diesen Fluss. Komm ich weiter auf meinen Einsatz, Leitstelle gib mir den Einsatz. Der 238 von Leitstelle Arken, komm. Hier, der 238, komm. Alter. Der Leitstelle Arken, wir haben eine beöffnete Person, komm. Ja, der 238, verstanden, komm. Der Leitstelle nach Zusatzinformationen achtet auf eurer Eigensicherung, komm. Ja, verstanden, Ende. Komm, jetzt blinkt es halt rot, aber ist ja egal. Hoffe ich. Huch, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wir können die Feuerwehr schon mal rufen. Ja, du bist der Leitstelleargen, komm komm, komm. Leitstelle Arken, komm, komm. Hier, der Leitstelleargen, komm. Ja, drinnen und die Arken benötigen Herrn Halle von der Einsatzstelle. Leitstelleargen verstanden wird verständigt, Ende. Na gut, dann prügel ihn dir. Ok, du bleibst da weg. dann brauchen wir jetzt einen abschleppwagen wenn das alles trotzdem mal gerufen oder schätze ich dann wusste ich schon gar nicht mehr ist also noch sehr warm es war so klar ich wusste ich habe die leistelle angekommen schicken uns bitte mal ein rtw kommen ja schicke ich euch ende scheiße 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 es war so klar ja ja was was sollt das denn sein perfekt wenn das dann endlich mal schaffen würde die schicken wir dann mal mit atemschutz hin einfach mal der krieg keinen schaden hier der parkt jetzt einfach mal hier wenn der jetzt da ganz nah hingeht dann passiert ihm aber nichts oder dann lassen wir jetzt den asf weg so alles klar trage holen so einsteigen ich bin also was es neues gibt es gibt das neues und zwar ich bin am 18.02 ich weiß nicht wann das video kommt wahrscheinlich am zwanzigsten ich bin am 18.02 also vorgestern also heute nehme ich es auf heute ist der heute ist da bin ich dumm moment so heute ist der 19.02 19.02 meine fresse alter bin ich dumm das ist der 19.02 und ich hatte gestern geburtstag ich bin jetzt 15 jahre alt 15 ja also hier fette fahrzeugkolonne na komm gib doch mal gas ist ein polizisten dem das hier auf dem spiel steht 20.02 um maximal bis 18.02 auf 20.02 wird jetzt hat man den funk nicht gehört weil den einsatz hatten wir so weit ich weiß noch nicht ich bin doch so da wir leider den beamten verloren ans feuer also nicht tot aber verloren im sinne von ich weg so und blink blink so wir geben status 2 schon mal erst status 1 dann status 2 so nur jetzt hier den hier festnehmen können wir dann trotzdem noch die personalien feststellen leitschillerhagen bitte einfach zu kommen hier leitschillerhagen kommen eine beantwortung ist mit der sohnabfrage ein gewisser kommt hier leitschillerhagen verstanden gegen diese personen weg nicht vorkommen leitschillerhagen bitte einfach zu kommen leitschillerhagen leitschillerhagen die leitschillerhagen das ist mit der sohnabfrage ein gewisser kommt hier leitschillerhagen verstanden gegen diese personen weg nicht vorkommen ich komme erstmal mit wir brauchen einen weiteren streifenwagen ja da wird jetzt mit sonderrechten vorgegangen denn übergriffe polizeibeamte werden nicht toleriert verlos los Wir müssen die Person jetzt trennen. So, hier nehmen sie den. Fahren sie heim. So, jetzt müssen wir kurz warten, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen. So. So. Du kannst ja mal ein Stückchen vorfahren. Ja, das ist noch ein bisschen nah. Fahr mal über die Brücke, dann kann ich den anderen losschicken. Jetzt habe ich gedacht, ich habe vielleicht nicht richtig geklickt. So. Ja, einfach mal angeschrammt. Juckt ja nicht, ne? So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Genau. Dann haben wir das nämlich. Ciao. Wow. So. 23.8 fährt sehr, sehr schnell. Ich habe mit dem Modder auch geschrieben und eventuell kommt bald noch was Neues. Tja. Und wer darf's testen? Wer darf's testen? Ja. Ihr nicht? Nein, ich war's. Ich will ja nicht fies sein, aber ich darf's testen. Wahrscheinlich. Also mit als erstes. Das sind natürlich zuerst die Modder. Gehe ich mal davon aus, dass sie es testen werden und dann ich. Und wenn's, wenn's reif dafür ist oder wenn's sich's lohnt oder und und und, dann, äh, ja. Muss man sich da mal ein bisschen unterhalten und dann, ja, dann, äh, wird's ins Spiel eingefügt. Hört mir jetzt nochmal jemanden an. Habe ich jetzt Lust drauf? Warten wir einfach hier. Da kommt, da kommen schon drei. Ich hätte gern die Limousine angehalten. Muss ich gestehen. Oh, perfekt, Alter. Bevor er dann... So, Moment, da muss ich mal den weiteren Kamerasummen machen. Ja, 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 ja. Huch! Wieso ist das Blinklicht jetzt aus? Das soll an sein. Ich will, dass es an ist. Ah, fahr mal hier auf dem Parkplatz. Da ist es Blinklicht ja trotzdem an. Das sieht nämlich nice aus. Aber man muss sich im richtigen Moment die Taste drücken, dann passt das. Jetzt ist es ja aus. Ne, ist an. Blinklicht nur sehr, sehr langsam. So, von der Seite. Und... Ja, ich glaube, das war zu spät. Aber egal, dann... Hoffentlich... Egal. So, ja. Und ich hoffe auf jeden... Also, das war's dann jetzt auch schon wieder. Das war's mit dem Mini-Let's-Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es blinkt das da die ganze Zeit rot. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Und... Auf jeden Fall gefällt's mir. Und ich wünsche der Mod noch viel Glück. Ich werde sie noch öfter testen. Spielen, whatever. Auch für YouTube. Ähm... Ja, und... Äh... Äh... Ja, diese Mod ist einfach... Erste Klasse. Ich habe mir schon irgendeine Polizeimodifikation gewünscht. Und da ist sie. Und ja, äh... Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und... Ja. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Semiger.